Die zehn Mutigen herausbitten, denn die wollen ja gegen John Isner, dem Mann aus Amerika, die Aufschlagkanone, sich daherstellen. Und wenn ihr nächstes geben, drei von zehn müssen zurückreturiert ins Feld. Wie auch immer sie das machen werden, bleibt ihnen überlassen. Bei einer Dutschnitz-Gesundigkeit beim Service von John, bei mir ist 200 kmh, wird das mehr als schwer werden. Aber es wird ja nicht mehr. Die Gitsche, Retscher und auch unser Coach, Azen, bereits hier hinterher wollen wir sehen. Kürze heraus, es geht los. Schlag auf Schlag. Jetzt kommt der Papa an. Jetzt kommt der Papa an. Jetzt kommt der Papa an. Die Ward 8, Gottsman, North Carolina. Wir begrüßen recht herzlich zwei Meter sieben Goals. Johnny Lüßner! Meine Damen und Herren, der nächste, wieder Nummer 8, aus der Steiermark. Die Steiermark, die Steiermark, die Steiermark, die Richtung, aus der Stadt, Eck, Georg Hubig! 6-2, 6-2, Isna. Johnny, now our tallest guy is coming. Thank you.